Oh mein Gott, wir haben ein Meistergehirn, ein Meistergehirn, Leute, ein Meistergehirn! Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu meinem nächsten Spiel, Missing Translation. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was in diesem Spiel gemacht werden muss. Ich weiß nur, wir müssen hier zwischen einem Männlein und einem Weiblein entscheiden. Okay. Okay, okay, er ist anscheinend am Schlafen, mit offenen Augen. Wer macht das nicht? Oder er will aufstehen? Läuft er, ist das Nacht? Läuft er mitten in der Nacht durch die Gegend? Ähm, okay, er wird anscheinend entführt, oder? Ähm, okay. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ah, das sind, sind das Level? Ich weiß nicht. Oh, wir können uns bewegen. Können wir noch was machen? Nee. Können wir mit der Maus irgendwas machen? Ah, mit der Maus können wir auch laufen, sehr schön. Okay, wir brauchen anscheinend diese drei Dinger hier. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auf den Weg, oder? Laufen mit den Falltasten, interagieren mit E. Gut. Na dann. Ah, immer wenn diese Glühbirne... Oh, das war das Erste, oder? Gehen wir mal da rein und schauen nach. Aha. Okay. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Oh, 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 okay. Ah, wir müssen die wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Zuerst das Rechte. Auch nicht. Okay, nochmal. Das Rechte. Jetzt wahrscheinlich das hier. Das hier. Jawohl. Was auch immer das sein soll. Juhu. Okay, wir haben das Erste gefunden. Sehr schön. Laufen wir mal weiter. Oh, eine Großmutter. Dann gehen wir mal in den zweiten Raum rein. Was auch immer wir hier machen müssen. Mit Kuh? Kann man was machen? Oh. Oh. Hä? Ah. Ich verstehe. Wir müssen die ganzen Dinger hier jeweils in... Ah, in 2525. jeweils in, ähm... in so einen Durchgang wahrscheinlich schaffen. Gut. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Dum, 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 dum. So, zwischendurch finde ich so Denkspiele manchmal gar nicht mal so schlecht. Okay. Okay. So. Oh, das kann ja richtig schwer werden. Bis Level 25. Ähm... Okay. Sehr schön. Boah, wir müssen 25 von denen machen. Ernst jetzt? Ja, das ist doch alles Pipifax für uns. Der kleine Charakter hier sieht übrigens so ein bisschen aus wie Kronk, finde ich. So. Das ist einfach... Das ist einfach... So. Ich hoffe, dass die Musik auch nicht zu laut ist. Ich hoffe, dass ich heute gut aussehe. Doch, ja. Okay. Ah, jetzt haben wir das falsch gemacht. Mit Kuh kann man, glaube ich, wieder herstellen. Genau. Machen wir mal... So. So. Sehr schön. Dum, 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 dum. Die Musik ist auch, ähm, ja, sehr entspannt. Oh, jetzt haben wir das falsch gemacht. Scheiße. Nein! Nochmal von vorne. So. Sehr schön. Dum, 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 dum. Du, 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 du. Also, da hätten auch 10 Rätsel reichen können. Ähm. Nein! Ja, das war jetzt, glaube ich... Ja, schon wieder falsch. Ähm. Also, das muss auf jeden Fall da oben enden. Weil wir sonst nicht mehr wegkommen. Ah. Ja. Sehr schön. So. Dum, das erinnert mich so ein bisschen an diese Multi-Check-Übungen in der Schule. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ah, nochmal von vorne. Too easy. Too easy. Dum, 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 dum. So, nochmal. So. Ah, das war falsch. Scheiße. Nochmal von vorne. So. Aufschwappen. Ah. Oh. Oh, 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 oh. Das wollte ich nicht. Ah. Sehr schön. Also nochmal. Hätten wir das auch geschafft. 12 von 25. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh, wir starten da unten. Verstehe. Dum, dum, dum. Tun wir mal die Kamerung richtig einstellen. So. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Das ist jetzt schon falsch, glaube ich. Ah, muss nicht sein. Muss nicht sein. Mal probieren. Ja, jetzt ist es falsch. Jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. Gell? Ja, jetzt habe ich es verkackt. So. Erstmal hier alle aufnehmen. So. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. So. Ah, nochmal. Ah, Leute. Ich bin heute nicht so flink mit den Fingern, habe ich das Gefühl. Ähm, schon falsch. Nochmal von vorne. Dum, dum, dum. Machen wir das mal so. Nein, ist falsch. Strenge dich doch mal an. Pass auf, wir machen mal. Schon wieder falsch. Schon wieder falsch. Ach. Schon wieder falsch. Mensch. Ey. Ey. Jetzt muss ich echt überlegen. Also. Naja, das kannste knicken. Kannste knicken hier. Dann ist auf jeden Fall ganz links da das Ende. Entschuldigung. Aha. Ne. Auch falsch. Aber ich glaube, der Ansatz war jetzt gar nicht mehr so schlecht. Darf ich nochmal von vorne? Also wenn ich jetzt so, so, so. Nein. Ach Gott. Auch nicht. Auch nicht. Ich probiere es mal ganz anders. Ne, alles kann nicht gut kommen. So. Auch nicht. Auch nicht. Aha. Aber ist auch falsch. Hey. Nein. Oh, falsch. Ich hätte das noch vorher mit... Hätte ich das noch vorher mitnehmen müssen? Schon, gell? Nein, ich hätte... So. Ey. Wie muss ich das denn machen? Ich muss das noch mal machen. Ach, Mann. Ach, Mann. So. Ich hab keinen Bock, da im Internet zu gucken. Nach einer Lösung oder so. Vergiss es. So. So. Wie hab ich denn das jetzt geschafft? Nein! Ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht hab. Oh, wie hab ich das denn eben jetzt gemacht gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Hm. So. Okay, gut, überlegen jetzt. So. Geht nicht. Oh, das war aber jetzt nicht verkehrt. Wart mal, den... Ähm. Wie hatte ich das denn vorher? Ja, so. Ähm. So, so. So, so. So, nee, so, 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 so. So, so. Hm. Ah. Ah. Ahhhh. Dum dum dum. Mhm. Nee. Nee. Dum dum dum. Nein. Mann. Ah, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ahhhh. So. Fast. Fast, Mann. Oh, ich glaube ich habe es Leute. Nein. Nochmal. Ah, fast nein. Also den muss ich auch noch mitnehmen. Nein. Ähm. Oder? Nee. Nee. So vielleicht. Ey, die Musik. Ich drehe gleich am Rad. Was ist, wenn ich es von unten probiere? Nee, das kannst du vergessen. Oh mein Gott. Sicher das langweiligste Game überhaupt für euch zum zugucken. Jetzt habe ich mich vertippt. Ich probiere es jetzt mal von einer ganz anderen Seite. Oh mein Gott, ich habe es. Yes. Wow. Hey. Nee. Und das war 15 vor 25. Wollen die mich verarschen? Oh nee, das war falsch. Ah, es ist. Sehr schön. Dumm. 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 Schauen wir mal. Na, das war falsch. Ha. Ja, das ist einfach. So. Dumm. Dumm. Keine Ahnung, wer sich das angucken sollte. Aber ich finde es noch easy. So. Ah, falsch. Oder ich probiere es mal von der Seite. Na, von der Seite kannst du es gerade vergessen. Nein, du musst es von der Seite machen. Ah, das muss das Schluss. Da ist das Schlussstück. Okay. Na, vergiss es. Da fehlt noch eins. Ich glaube, hier ist auf jeden Fall... Ja, das hier muss das Schlussstück sein. Also, nochmal schauen. So. Hm. So. So. Nee. So. 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 Hä? Das kann es auch nicht sein. Das kann es auch nicht sein. Wenn ich es von der Seite mal probiere? Nein, auch nicht. Das muss von hier oben. Hm. So. Hm. Hm. Ah, warte mal. Ah, jetzt war ich zu schnell. So. So. Und... Ja. Perfekt. Boah. Boah, schon 18 von 25. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall... Ähm. Ähm. Nee, wartet. Oh, wir sind Killer, Leute. Dumm. 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 Ähm. Da unten rechts ist das Ende. Ich probiere einfach mal drauf los. Oh, nee. Das kann es ja schon nicht sein. Ja, nee. Ja, wir machen das anders. Mal gucken, wie wir das... Ja, ist aber auch falsch. Oh, nee. Oh, nee. Auch nicht. Dumm. 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 Auch nicht. Da versperren wir uns ja selber dem... Und wenn wir zu... Nee, warte mal. Auch nicht, oder? Nee, das kann nicht gehen. Nee, das kann auch nicht gehen. Okay, dann halt. Okay, warte. Wir müssen eigentlich... Ja. Ah. Perfekt. Leute, ich weiß nicht, ob das Gute ist, was ich hier mache. Aber wir kommen recht gut voran. Dumm. 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 Ganz klar. Ey. Puh. Dumm. 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 22, Leute. Oh mein Gott, das wird ja immer schwerer. Oh, willst du mich verarschen? Keine Chance. Oder? Ah, wer weiß das schon. Ja, nee, keine Chance. Oh Gott. Nee, wartet. Wir machen es einfach mal drauf los. Oh mein Gott, wir haben ein Meistergehirn. Ein Meistergehirn, Leute. Ein Meistergehirn. Du meins. So. Dumm. 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 Wir müssen hier auf jeden Fall nach links. So. Wir müssen ja so. Jo, das ist eigentlich nicht so schwer. So. Oh mein Gott, wir sind beim letzten, glaube ich, oder? Ja. Okay. Einfach mal probieren, oder wie? Wie immer. Nein! Man wartet. Nee, auch nicht. Genau so war's. Ah, hab mich vertippt. So. So. Und dann müssen wir so eine kleine Ecke machen. So. Oh, Leute. Geschafft! Juhu! Ja, freuen wir uns! Damit hätten wir das Zweite, oder? Jo, dann gehen wir mal zum Letzten. Oh, ist das schon hier? Ähm... Okay, haben wir. Ist das dein Ernst? Und was heißt das jetzt? Was? Was? Was müssen wir denn hier machen? Okay, hier oben haben wir einen Strich. Was soll uns das sagen? Was soll uns das sagen? Das, ähm... Das und das, das und das und das und das und das und... Was? Was? Oh mein Gott, ich hoffe, das ist nur zur Dekoration hier alles. Und das sagt uns nicht wirklich aus, was wir machen. Was? Hä? Ja, hallo, du lustiges Gesicht. Ich sehe es. Aber wir können ja gar nichts machen hier. Ich glaube, wir müssen einfach noch weiter, oder? Kann das sein? Okay, das ist wahrscheinlich so eine Art Museum hier gewesen oder so. Wir verlassen wieder den Raum. War schön hier gewesen. Wir laufen mal weiter. Ah, logisch. Da ist das Letzte. Ha, ich dachte schon. Okay. Was? Und? Was? Ich weiß nicht, was ich hier gemacht habe. Wir müssen einfach diesen Dingern folgen. Ich moch das einfach. Hä? Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und... Ah, wir müssen... Hä? 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 Ähm... Ich weiß immer noch nicht wirklich, was wir hier machen. Ich glaube, wir müssen irgendwie alle Linien hier füllen. Warte mal. Äh, tut mir leid. Nochmal starten. Okay, die haben wir. Die auch. Die auch. Hä? Ah, da sieht man einfach alle Linien, die man gehen kann. Ja, und? Ah, müssen die einfach aneinander sein? Irgendwie? Ich habe keine Ahnung. Nee, du musst da nicht runter, Bruder. Du musst da nicht runter. Du musst erstmal hier alle Aufgaben bewältigen. So. Oh, ich weiß nicht, was ich hier mache. Oh, ich weiß nicht, was ich hier mache. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, 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 okay. Also, ihr seht ja hier, das leuchtet auf und das. Das heißt, das hier muss ich hier hinbringen und das hier muss ich da hinbringen. Oh mein Gott. Ich hoffe, das wird nicht noch schwieriger. Okay. Okay, okay. Das müssen wir da hinbringen. Ähm. Fast? Hm. Yes Okay 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 Äh, 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 äh. Ah, ich weiß es nicht. Yes, keine Ahnung wie ich das geschafft habe, wir haben jetzt einfach was gedrückt. Das war einfach. Ich mach das auch nur, weil ich will jetzt nur, wie das Spiel hier endet. Ah, okay. Sehr schön. Das müssen wir da oben reinkriegen. Ich frage mich, ob es da mehrere Lösungen jeweils für die Rätsel gibt oder nur eine richtige. Okay, das müssen wir hier unten und das müssen wir da oben in der Mitte. Also machen wir das ganz einfach. Ne, was, noch eins? Halt, nein. Perfekt. So, okay. Oh, super. Super. Ah, das scheint nicht sehr schwierig zu sein. So, sehr gut. Also ich glaub, die werden jetzt auch langsam nicht schwerer. So, sonst hätte ich nämlich da mehrere Probleme mit. Ganz klar, was wir hier machen müssen. Sehr schön. Dumm, dididididim, dumm, dididididim, dumm, dididididim, dumm, dididididim. Äh, was, das sind jetzt drei? Ach, nö. Ich hab mir nur Lust auf drei. Was ist dein Ernst? Oh, Mann. Oh, Mann. Äh, was, wieso denn drei? Ähm. 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 Oh, komm schon. So schwer kann es doch nicht sein. Yes. Super. 19. Oh, jetzt sind es immer drei Stück, die wir reinkriegen müssen. Ähm. Ähm. Was? Wartet. Perfekt. So. Nein, nein, nein. Ah, läuft doch diese blöde Treppe nicht runter. So. Äh, wo muss ich den denn reinkriegen? Ah, da unten. Da muss ich den reinkriegen. Boah, Leute. 21. Wir haben es bald geschafft. Wir haben es bald geschafft. Okay. Oh, das sieht schwer aus. Das sieht schwer aus. Das sieht echt schwer aus. Also, den müssen wir ganz hier hin. Okay. Den müssen wir hier hin. Und den müssen wir hier hin. Ey. Ey. Ich habe das Gefühl, das macht mein Kopf von ganz alleine. Ich habe langsam mitrufen dieser Musik, ey. Okay. Ja, kann es ja nicht viel machen. Hm? Höchstens. Hä? Ey. Super. 23. Noch drei Stück. Okay, okay, okay. Das muss da hin, das muss da hin, das muss da hin. So. Perfekt. Okay. Und jetzt hier. Ah. Ah, okay. Verstehe. Yes. Ey. Nur noch eins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wartet mal. Hier. Äh. Ne. Wartet. Zwei haben wir. Hä? Hä? Wir haben das letzte Errungen. Ja. Oh mein Gott. Jawohl. Wir haben das letzte Errungen. Und jetzt müssen wir zurück zu unserem Haus, oder wie? Was ist denn so für eine Missgeburt? Okay, kann man wahrscheinlich einfach nur noch ein bisschen was erkunden. Äh, was? Hat es da noch mehr, oder was? Hä? Hat es da noch eins? 1,25, na toll. Ja, und? Was müssen wir denn hier machen? Hä? Achso. Ah, verstehe, ich verstehe. Wir müssen die so drehen, dass die richtig passen. Okay, nun denn? Ähm... Wieso? Ich hab's noch nicht wirklich verstanden. Aber ich glaub, hier müssen wir das so... Ah, das ist... Ich verstehe, wie das funktioniert. Ich verstehe, wie das funktioniert. Okay. Einfach, 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 einfach. So. Oh, die Musik regt echt langsam auf, hier. Hm? Ja, so. Oh, später gibt's hier ja so alles voller dieser Dinger. Naja, ich hab's mir... Hab ich mir gedacht. Okay. Also, hier muss hier so eins dran. Ja, das ist ja eigentlich noch einfach. Ja, nee, das geht nicht. Das müssen wir so machen. Und das machen wir so. Und das so. Und jetzt nur noch das da. Nein, genau das geht nicht. Hä? Oh, müssen wir jetzt ernsthaft doch alle drehen hier? So. 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 Hä? Och, Mann. Ah, sehr schön. Also. Das stimmt auch. Was stimmt noch nicht? Hier. Ich glaub, es können... Ja, ja. So. Da machen wir mal so. 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 Nee, warte mal. Nee, warte mal. Das geht gar nicht. Okay, dann machen wir das anders. Machen wir das so. Nee, geht auch nicht. Machen wir das so. Nee, auch nicht. Oh Mann. Das geht ja gar nicht. Aua. Nee, das könnte funktionieren. Okay. Das ist jetzt... das letzte Rätselspiel eigentlich. Balanzung gibt mir das Spiel auf den Sack. Aber wir ziehen das natürlich durch. Sehr schön. Ja, nee. So. Genau. Okay, und das nur noch so. Mir hat eigentlich der Grafikstil vor dem Spiel so gefallen. Ich dachte, das ist was anderes. Aber ja. Nee, wartet mal. Das kann nicht stimmen. Oder? Nee, das kann nicht stimmen. Wir machen das anders. Machen wir das so. Okay. Ja, das geht auch nicht. So. Geht auch nicht. Och Mann, wieso geht denn das auch nicht? Gut, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Und das nur noch. Nein. Verdammt. Okay, ah, die beiden ist nur noch. Perfekt. Ich glaube, das Spiel hat den Hintergrund, dass es den Leuten das Spielen vermiesen soll, habe ich irgendwie das Gefühl. Äh, nee. So, ja. Auch nicht. Fast. Perfekt. Ich hoffe, die werden nicht noch mal schwerer, sondern einfach nur anders. So. So. So, machen wir mal. So. Einfach mal ein bisschen probieren. So. So, das stimmt alles. Ja, und jetzt ist eigentlich noch das da. Perfekt. Also wenn das danach nicht das letzte Rätselspiel ist hier, dann höre ich das auf, das Letzt Player an der Stelle. Ich bin auch schon 46 Minuten hier am Spielen. So. Das stimmt alles. Das auch, das auch. Das hier nicht. Gut. Das jetzt auch. Das auch. Das hier nicht. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ähm. Oh Gott. Oh, das wird immer schwerer. Machen wir es so und drehen. So und drehen. Nee, das geht ja gar nicht. Ah doch, das geht so. Okay, das haben wir. Das haben wir. Boah, geschafft, Alter. Oh, noch zehn Stück. Die sind, die ganz außen sind ja eigentlich total unwichtig. Wo stimmt's noch nicht? Ah, hier oben. So. So. Ne, warte, das geht, doch, doch, das geht noch. So, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt nicht. Ähm. Oh Mann. Wartet. Ah ne, war eigentlich gar nicht so schlecht. Perfekt. Und jetzt machen wir... Oh, Alter, ist das viel. So. Wo stimmt's denn nicht, hier so ein Beispiel. Und jetzt stimmt's hier nicht. Jetzt stimmt's hier nicht. Und da stimmt's jetzt hier nicht. Ne, geht ja gar nicht. Das geht ja hier gar nicht. Oh, das ist aber ja ernst. Hä, irgendwo... Ja, hier. Toll. Okay, jetzt hier oben noch. Wo... Hier... Und jetzt stimmt's wo nicht. Ich seh's schon fast gar nicht mehr, wo's nicht mehr stimmt. Ähm... Hier. Ja, toll. Aber das kann und will ich nicht drehen. Oh mein Gott, endlich. Puh. Also langsam werd ich voll müde. Hey, wir haben's auch schon irgendwie zwei Uhr oder so. Oh, Leute. Also bei einer Stunde höre ich auf. Mann, ich mag das nicht mehr. So. Da ist alles gut hier. Hier auch. Jetzt müssen wir hier den unteren Teil noch machen. So. 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 Oh, und das geht wieder nicht. Das allerletzte Teil geht natürlich wieder nicht. Kann man da irgendwas machen? Nee. 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 Hm? Naja, stimmt. Wegen dem hier. Nee. Toll. Ich dreh am Rad, Leute. Halt. Hä? Wo... Wo hängt's denn jetzt? Ach, bin ich blind? Hier ist gut. Da ist gut. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, hier oben. Ah, Deppen, ey. Dum, dum, dum. Als hätte ich Bock, das alles zu machen hier, ey. Also machen wir nochmal jetzt so. So, das stimmt. Das stimmt auch. Also, weiter geht's. So. Nee, wartet. Machen wir das anders. So, okay, easy. Das geht auch. Das kriegen wir auch hin. Weiter geht's. Das stimmt. Das auch. Das auch. So, das stimmt. Und das. Natürlich geht das nicht jetzt. Und wieso nicht? Weil du behindert bist. Oh, jetzt weiß ich wieder nicht, wo es spinnt. Wo stört's jetzt schon wieder? Das habe ich wieder eins vergessen. Das ist okay. Das auch, das auch. Das auch, das auch, das auch. Hier oben wieder irgendeins. Das stimmt. Hier. Oh, ich muss da echt besser hingucken. So. Man muss sich immer so von oben nach unten vorarbeiten. Und dann geht das. Also, los geht's. So meine ich das. So. Das passt. Das passt. Das passt nicht. Das machen wir passend. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Nein, das passt jetzt wieder nicht. So. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Nee, das passt nicht. So machen wir das. Sehr schön. So. 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 Und. Are you fucking kidding me? So. Mensch, das stimmt denn jetzt schon wieder nicht mehr. Hier oben irgendein ist sicher. Ja, das hier. So. 21. Haben wir noch 5 Minuten. Machen wir das. Machen wir das doch schnell. Ja, also machen wir das doch schnell. So. 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 Okay, easy. Machen wir so. So. Ah, das geht nicht anders. Ja, easy. Dann machen wir das. So. Und so. Ähm, nee, das geht nicht. Müssen wir das doch so machen. Ah, nee, das war ja richtig. Kann man ja so lassen. Gut. Dritte Reihe. Das passt auch. Das passt auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Das noch nicht. Hä? Ähm. Hallo? Mein Gott, ey. Wo passt es jetzt wieder nicht? Hier. Ah, nee, warte. Wo passt es jetzt nicht? Hier. Und jetzt hier. Oh, jetzt geht es hier nicht. Hä? Und jetzt? Wo spinnst du jetzt? Ah, hier oben. Fick dich. Das muss ich so lassen. Leute. Ich höre hier auf dieser, äh, an dieser Stelle auf. Ich kann nicht mehr ohne Scheiß. Also wie gesagt. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Mir nicht. Ja, war mal schön am Anfang gewesen. Aber jetzt ist es echt nur noch langweilig. Und vor allem immer dieselbe Musik und alles drum und dran. Und ich, ey, ich kann nicht mehr. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Abend. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Spiel wieder ein. Und sonst sage ich bis dahin. Haltet die Ohren steif. Und. Ciao. Vielen Dank.